Die besten Internet-Posts von Fortnite. Bis hin zu illegalem Fortnite-Spielen. Dinge, die ich noch nie über Fortnite wusste. Oder Tricks, die ihr ganz einfach nachmachen könnt. Das ist unglaublich spannend. Bleibt auf jeden Fall bis zu mir dran. Benutzt gerne meinen Credit Code 7. Und schaffen wir heute für dieses neue Format 4.444 Likes. Denn dann findet ihr heute Nacht ein Osterei unter eurem Bett. Und ich würde sagen, wir gehen right into the video. Hä? Er ist ja gerade am landen und oben steht gerade. In 10 Sekunden könnt ihr aus dem Bus raus. Das muss irgendein Bug sein, Freunde. Und er ist einfach 100. geworden. Das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob der Typ hier schon irgendwie Fortnite in der Zukunft spielt. Aber gebt euch mal die Gebäude, die er hat. Das kann doch gar nicht sein. Das muss irgendwie editiert worden sein. Eigentlich würde ich das nicht so cool finden, wenn man direkt sowas bauen könnte. Richtig, richtig komisch. Das habe ich auch nicht gewusst. Paradigma ist das einzige Mitglied der 7, der keinen legendären Skin hat, Leute. Jeder andere hat legendäre Skins. Und Paradigma einfach nur einen blauen. WTF? Warum denn das? Vielleicht liegt es daran, dass Paradigma keinen einzigen Stil hat. Mit dieser Methode kann man anscheinend Leute ganz einfach töten. Der hat hier vier Reifen dabei. Haut den ersten weg. Haut den zweiten weg. Äh, Leute. Ich glaube, ich muss jetzt Reifen in Fortnite spielen. Kommt da jetzt noch... Da kommt jetzt noch einer. Ich glaube es nicht. Und er haut den... Leute, spielt Reifen in Fortnite. Ihr seht, es funktioniert. Ich glaube, Epic Games hasst irgendwie Flugobjekte. Wir haben hier einmal das Mutterschiff. Damals, das dann ins Wasser reingefallen ist. Das sah nämlich so aus. Und genau das gleiche mit den Zeppelinen. Die sind nämlich in der Luft. Und jetzt sehen sie so aus. Boah, Alter. Juch. Einfach Zero-Build Wild Week. Stellt euch mal vor mit diesen ganzen Items. Mit dem Schwert, mit der Boogie Bomb, mit Mutterschiff, mit RPG. Alter, wie krass wäre das bitte? Das ist der Battle Pass Level 200 Skin, Alter, in der nächsten Season. Darth Vader in weiß. In einem richtig coolen Stil, Alter. Mit dem lilanen Hut. Fortnite X Adventure Time. Finn als Skin. Finn sein Schwert. Und Jack, der Gleiter. Das muss rein, Leute. Wie krass wäre bitte diese Kollabor mit Adventure Time. Was ist denn mit ihm hier passiert? Er geht in die Kanone rein. Schmeißt sich weg. Auf die Tankstelle. Hä, warum hat der 100... Ach, ich weiß, warum der gestorben ist. Der hat den anderen getroffen, der in der Tankstelle drin war, ne? Oder? Ja. Oh mein Gott. Was für ein Unglück. Und vom Fall Damage ist der gestorben. Uh, so ein neuer Cartoon Skin würde ich mal. Mal richtig feiern. Dieser Wolf hier. Von dem, glaube ich. Von Rotkäppchen als Cartoon. Boah. Der Origin. In einer anderen Realität. Junge, Junge. Sieht das krass aus, Leute. Dr. Robotnik. Warte mal. Ist dieser Dr. Robotnik nicht dieser eine von Sonic, glaube ich, ne? Wie krass wäre der Sonic in den Fortnite mit Dr. Robotnik? Das muss reinkommen. Guckt mal, wie geil das aussieht. Warum haben wir noch keinen Gleiter, der wie so ein Teppich aussieht? Könnt ihr mir das bitte verraten? Wie cool wäre bitte so ein Gleiter, Leute? Den Teppich, den jeder, glaube ich, daheim hat. Also sie holt sich hier jetzt gerade Loot. Ist auf den Windrädern drauf. Hier geht irgendwas schief. Ich sehe schon, komm, Leute. Irgendwas geht hier schief. Den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten. Okay, jetzt macht er die Kiste auf. Der Loot fällt jetzt wahrscheinlich runter, denke ich jetzt mal. Ja, Loot fällt jetzt runter. Springt hier drauf. Geht da... Oh mein Gott. Ich würde so meinen Monitor kaputt schlagen. Der chillt hier einfach in den Bergen mit diesem Hasen-Outfit in Fortnite. Zehn von zehn, Leute. Aber wer bitte schön zieht ein Cosplay-Outfit in einem National Park an? Wenn wir Moon Knight in Fortnite bekommen könnten, wären das diese Stile. Einmal in diesem weißen Stil. Der weiße Stil ist schon mega. Wir gehen mal weiter. Boah, dieser schwarz-weiße Stil ist noch krasser, Leute. Bin ich ehrlich. Was würdet ihr feiern bei Moon Knight? Dieser weiße Stil in Fortnite oder dieses schwarz-weiß? Ich bin ehrlich, schwarz-weiß sieht doch besser aus. Wie ist der bitte mit dem Auto in die Brücke reingefahren? Der ist einfach zwischen die Stäbe rein. Das habe ich noch nie gesehen. Aber das Ding ist, guck mal, der hat vorne einfach diesen Kuhfänger. Der hat irgendwas mit dem Kuhfänger gemacht. Der ist da auch nicht mehr rausgekommen, ne? Das Konzept wäre gar nicht so schlecht. Manchmal muss man ja richtig lange warten, bis man ein neues Match findet. Und wir könnten so ein Spind-Konzept kriegen, wenn man warten muss, sein Spind ändern kann. Das wäre richtig geil, Leute. Und sogar eine Shuffle-Funktion, wo man zufällige Skins im nächsten Match kriegt. Hammermäßig. Das brauchen wir. Fortnite x Jack Sparrow. Fortnite Pirates of the Caribbean. Wäre auch eine geile Kollabo. Wir hatten ja schon mal eine Fortnite-Piraten-Season. Also ich würde Jack Sparrow in Fortnite auch ganz geil finden. Der hat einfach Daily Bugle kaputt gemacht, Leute. So sieht Daily Bugle aus, wenn alle Gebäude einfach weg sind. Gebt euch mal. Das sieht ganz, ganz komisch aus. Der geht in jedes Spiel rein und macht alle Gebäude kaputt, hat er hier gepostet. Ich glaube, dem ist einfach nur langweilig. Oh lala. Das nenne ich ein 10 von 10 Cosplay. Mit der Nervsgael. Mit dem Kuschelbeauftragter hier. In der Valentins-Variante. Leute, das würde ich selbst an Fasching ansehen oder an Halloween. Wie krass ist das? Aber ich glaube, danach schwitzt man halt übel. Boah, schwierig, Leute. So ein Skin für die sieben wäre eigentlich gar nicht so schlecht, so ein bunter Skin. Ich würde... Ey, das sieht schon geil aus. Mit dem rosa, gelb, blau. Ich würde es mir auf jeden Fall kaufen. Das sind alle Skins in Rette die Welt, die wir uns im Battle Royale wünschen würden. Und ich bin ehrlich, diese Skins sind ultra geil, Leute. Mein Lieblings-Skin von dem Ganzen ist der oben rechts, dieser Weltraum-Typi und oben links dieser Roboter. Ey, bringt doch mal rein, Epic Games, diese Skins im Battle Royale. Wie geil wäre das? Wisst ihr, was Origin während dem Season 8 Live-Event gemacht hat? Genau das da, Leute. Wir waren im Wasser und der chillt und hat gar nichts gemacht. So viel zum Origin, Digga. Der Typ hat uns gar nicht geholfen. Dieses Emote ist anscheinend Pay-to-Win. Wir schauen jetzt mal. Ist im Last Fight. Hittet den. Hittet den nochmal. Macht nochmal. Uh! Oh mein Gott. Die Schüsse haben den am Ende nicht getroffen wegen dem Emote. Das war geisteskrank. Mal schauen, was ihm jetzt hier passiert. Der ist bei Daily Bugle drin, in dem Haus. Oh, die Spitzhacken sind krass, ne? Sind aber riesig, Alter. Aber gefällt mir gut. Oh! Da war einfach... Da war einfach einer. Er macht bestimmt diese Taktik die ganze Zeit. John Wick, schwarzes Outfit und in dieses Haus reingehen, damit man den nicht sieht. Was ein Jadro. Also so kann man anscheinend jedes Zeppelin-Battle gewinnen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Schauen wir mal, was er macht. Ihr wisst ja, ganz viele Leute landen da ja immer, ne? Übertrieben viele. Äh... Äh... Okay. Okay, einer ist schon mal weg, gell? Einer ist schon mal weg, Leute. Ich glaube, ich muss das auch mal machen mit der Waffe. Ah! Okay, nochmal einer. Nochmal einer weg. Mal gucken, ob nochmal einer wegfliegt. Ah! Nochmal einer. Ach so. Holt der jetzt nochmal einen weg mit dem Ding? Das ist zu stark, dieses Teil. Das muss... Ich sag ja, das muss gebannt werden. Äh... Macht das nicht nach. Er hat hier eine richtig krasse Kombi gemacht mit dem Superhelden-Outfit. Skippt euch mal. Wie geil ist das denn? Und das ist hier mit dem Backblink. Irgendwie, das ist der geilste Superhelden-Skin, den ich jemals gesehen habe irgendwie. Uh! Das ist ein krasses Ding hier. Stellt euch mal vor, The Rock nimmt Midas in die Gurgel. Und The Rock frickt Midas. Das ist das letzte Mal. Sag mir, was du über die IO weißt. Schwierig, Leute. Ich glaube aber, dass Midas uns helfen wird im Fight gegen die IO. Aber so könnte ich mir das Ganze auch vorstellen. Ich glaube, Midas ist noch im Geheimen. Sag mir nicht, der snippt den in der Luft. Nein, oder? Bro! Das ist eine Chance zu einer zu einer Milliarde. Leute, wisst ihr, wie schwer das ist? Er hat ihn weggesniped, indem er sich aus der Kanone rausgeschossen hat. Hör mir auf. Oh! Wir haben hier einen Jonassey, der wie Shrek aussieht. Ich weiß nicht. So ein Jonassey-Shrek-Stil wäre schon ganz cool. Fischi als Tadeus, Junge. Okay, ich glaube, wir machen weiter. Er hat hier anscheinend das falsche Fortnite runtergeladen. Mit einer Fortnite... Ey, wie geil das aussieht! Minecraft-Spitzhacke! Gibt euch mal! Und dieser Gwen Stacy-Skin von Spider-Man. Okay! Ja! Also ich weiß nicht, ob der Typ aussieht wie Midas, nur mit Haaren. Das Gesicht passt jetzt nicht so ganz. Aber stellt euch jetzt mal vor, wir haben die goldenen Arme, diese ganzen goldenen Stile. Das passt alles zu Midas. Und stellt euch jetzt mal Midas sein Gesicht vor mit Haaren. Bro, ich sag ehrlich, Midas würde so scheiße mit langen Haaren aussehen. Das ist crazy. Der Typ hat hier im Late-Game anscheinend gewonnen, weil jemand gebannt worden ist. Wir gucken uns jetzt mal an, anscheinend wegen Teamen wurde der gebannt. Wir haben jetzt noch drei Leute, die übrig sind. Dort ist einer. Okay. Und zwei. Okay. Ja. Die Teamen, Leute. Deswegen wurde er, glaube ich, gebannt. Und jetzt gibt euch mal. Die Zone ist ganz klein. Nur noch drei Leute. Wow. Beide wurden gebannt. Beide wurden gebannt. Lol. Jetzt macht alles Sinn, Leute. Das waren auf jeden Fall die coolsten Reddit-Posts in dieser Woche. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr das Format feiert, lasst auf jeden Fall einen Like da. Haut rein. Bis dann. Und ciao, ciao. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.